Wir möchten jetzt was? Hi! Hi! Hey, ich bin hier gerade in Lüneburg am Markt, direkt vor dem Rathaus. Heute wird die 2500. Folge Rote Rosenhaus gestrahlt. Deswegen gehe ich mal so ein bisschen durch Lüneburg und was ich da so mache, das seht ihr jetzt. Was ist heute für ein spezieller Tag? Heute gibt es Serien. Serien. Das weiß ich nicht. Ein schöner Tag, ich sage mal, die Sonne steigt, aber ein spezieller Tag. Einmal ganz kurz Sonnen. Hi! Hi! Wie vielte Folge von Rote Rosenhaus wird heute ausgestrahlt? Nein. Garte. 24,000. Bei? Dann von 2500. 2500. 2500. 2500. 2500. 2500. 2500. 2500. 2500. Hättet ihr gedacht, dass es schon so viele Folgen gibt? Nein. Was macht ihr hier in Lüneburg? Rolaisen. Wo kommt ihr her? In Sachsen. Das hört man. Der kommt aus Lüdeburg. Ich komme aus Lüdeburg. Was findet ihr euch nach Lüdeburg? Hier. Wunderschöne Stadt. I like architecture. That's great. Yeah. Architecture is nice. Ich mache heute jetzt hier Stöpfbeurungen. Und wenn ihr wollt. Schauen Sie Rote Rosenhaus. Ich habe Freunde in Luxemburg und in Südfrankreich und im Norden und überall, die guckt alle Rote Rosen. Der Marktplatz hier ist echt schön. Wow. Ein Fernsehteam. Do you know Rote Rosen? No. I'm acting in it. Oh. Very, very famous. Everyone knows me. Do you know me? She doesn't know me. Wer bin ich? Ich bin so fame. Was wird genau jetzt ausgestrahlt? Wir haben nämlich jetzt 14.10 Uhr. Rote Rosen. Und die wievielste Folge? 2500. Juhu. Super. Und der Wind, der zerstört jetzt meinen Ton. Was glauben Sie läuft seit sechs Minuten? Was sollte ich auf jeden Fall machen, damit die Leute jetzt vor der Kamera bleiben? Lachen. Die ist für dich. Ah. Kannst du mal kurz die Kamera halten? Die ist für dich. Die ist für dich. Danke schön. Immer schön gießen, ne? Wuuu. Rote Rosen. Rote Rosen. Rote Rosen. Rote Rosen. Folge. Ah. Ja. Habt ihr gedacht, dass es schon so viele Folgen gibt? Nein. Was macht ihr hier in Lüneburg? Vorlesen. Wo kommt ihr her? In Sachsen. Das hört man. Was findet ihr nach Lüneburg? Wunderschöne Stadt. Ich mag Architektur. Das ist großartig. Ja. Architektur ist großartig. Ich mach heute jetzt hier Städte, wo rum ist. Und wenn ihr wollt. Schauen Sie Rote Rosen. Ich habe Freunde in Luxemburg und in Südkrankreich und im Norden und überall. Ihr guckt alle Rote Rosen. Der Marktplatz hier ist echt schön. Wow. Ein Fernsehteam. Do you know Rote Rosen? No. I'm acting in it. Oh. Möchten wir jetzt was? Hi. Hi. Hey, ich bin hier gerade in Lüneburg am Markt. Direkt vor dem Rathaus. Heute wird die 2500 Folge Rote Rosen ausgestrahlt. Juhu. Deswegen gehe ich mal so ein bisschen durch Lüneburg. Und was ich da so mache, das seht ihr jetzt. Was ist heute very very famous? Everyone knows me. Do you know me? She doesn't know me. Wer bin ich? Ich bin so fame. Was wird genau jetzt ausgestrahlt? Wir haben nämlich jetzt 14.10 Uhr. Rote Rosen. Und die wievielste Folge? 2500. Juhu. Super. Und der Wind, der zerstört jetzt meinen Ton. Für spezieller Tage. Heute gibt Serie. Serie. Das weiß ich nicht. Ein schöner Tag ist heute. Die Sonnensteigen. Einmal ganz kurz Sonnen. Einmal. Hi. Hi. Wievielste Folge von Rote Rosen wird heute ausgestrahlt? Nein. Danke. 2400. Bei? 2500. 2500.